Hey Leute, schön, dass ihr da seid. Ich bin heute hier oben auf der Blankenburg, das ist direkt bei mir gegenüber quasi und habe was vorbereitet für euch. Und zwar habe ich hier dieses Gimbal. Zack und schon sind wir online. Man kann das auch ausziehen, das ist ein Selfie-Stick. Ich dachte mir, wo kann man das besser testen als natürlich in der freien Wildbahn. Es ist nichts für den sterilen Reihenraum, sondern es ist was für draußen. Wir wollen gucken, wie das Ganze funktioniert beim Hüpfen, Springen. Wie ihr seht, funktioniert das so schon ziemlich gut. Moment, ich komme ein bisschen näher ran und zeige euch das. Oh, ich gucke voll in die Sonne. Wie ihr seht, funktioniert das so schon ziemlich gut. Es sind drei Motoren, die dran sind. Das ganze Teil ist aus Kunststoff, stört aber gar nicht. Diese Stangen sind natürlich Aluminium, ist super stabil. Sind circa 400 Gramm, die das Ganze wiegen. Ach ja, es ist übrigens das Fiotech Wimble 2. Fiotech hört sich im ersten Moment an wie, oh, Fiotech, davon kaufe ich besser nichts. Es ist made in China, soweit ich weiß. Aber es ist super, super stabil. Und ihr seht, die Bewegungen sind sehr weich, sehr smooth und so. Und ich denke, darauf kommt es ja im Endeffekt an. Das Ganze hat coolerweise hier so ein Joystick quasi, mit dem ihr das Ganze nochmal selbst steuern könnt. Übrigens sehr weiche Bewegungen, nichts ruckartiges oder so. Dann haben wir noch einen Knopf für Aufnahme. Das Ganze ist dann noch App-gesteuert. Da kann man dann noch zoomen und Timelapse-Aufnahmen machen und also ob man das im Endeffekt so richtig benutzen wird. Ich hatte jetzt bis jetzt ein paar Probleme mit der App, muss ich sagen. Also so jetzt keine gravierenden, aber so ein, zwei Probleme hatte ich zum Beispiel. Eine Aufnahme war eher mehr wie ein Zeitlupe-Video, aber wie ein schlechtes Zeitlupe-Video. Das war ein bisschen doof, aber an sich muss ich sagen, dieses Wimble 2 von Fiotech macht auf mich persönlich momentan einen ziemlich guten Eindruck. Gibt es für 100 Euro bei Mediamarkt, ich glaube für 109 Euro bei Saturn. War aber ein Angebot am Single-Stay für 59. Deswegen würde ich allen raten, einfach mal den Black Friday abzuwarten, für alle Interessierten natürlich. Ansonsten gucken wir einfach mal, was das Video wird. Das ist jetzt quasi mein siebzehntes Take oder sowas. Deswegen kann es sein, dass das Video im Verlauf jetzt sehr ruckelig und stückelig irgendwie wirkt, weil ich alles irgendwie tausendmal aufgenommen habe. Zieht euch einfach rein, was ich so filme, was ich so mache und dann sehen wir uns. Das Telefon ist jetzt hier auf dem Gimbal gemountet. Ich möchte euch ein paar Sachen erzählen zum Gimbal und das mache ich, während ich hier diesen Wanderweg abfilme und das Gimbal in der Hand halte. Das Gimbal hat drei Motoren, einen verbauten Akku, der ganz normal aufgeladen werden kann. Der Akku soll fünf Stunden halten. Ob er wirklich fünf Stunden hält, kann ich euch natürlich noch nicht sagen. Dafür habe ich einfach zu wenig mit dem Teil rumgespielt. Das kam gestern an. Das Ganze kann mit Kameras, Handys, also mit Actioncams und Handys bestückt werden bis einem Gewicht von 200 Gramm. Ach herrlich. Diese smoothen Bewegungen sind für mich als völlig unprofessioneller, schlecht ausgestatteter Amateur-Video-Kreierer. Total, total krass. Das ganze Teil wiegt so 400 Gramm, glaube ich, 440 oder so, was super leicht ist. Wenn mein Telefon jetzt da dran ist, ist es absolut tragbar, auch über längere Zeit. Das ist echt eine schöne Sache, würde ich sagen. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr es findet, wenn einer ein Review macht, während er einen Berg hoch geht und die ganze Zeit ins Mikrofon hechtet. Musik 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 Will you stay with me? I'm lost here in America Will you stay with me now? Cause I'm lost here in America Stay with me I'm lost here in America Stay with me now Cause I'm lost here in America So I grow into the underground Ich habe für euch jetzt ausgiebig das Gimbal getestet Hier komplett bei so einem Burgspaziergang Um die ganze alte Stadtmauer rum Jetzt gerade gehe ich einen super schnellen Berg runter Muss ein bisschen aufpassen Im groben und ganzen bin ich mega zufrieden mit dem Gimbal Und ich denke, dass das für jeden Hobbyfilmer Oder auch einfach Urlaubsfilmer Bei einem günstigen Preis, wie zum Beispiel den 59 Euro Für die es im Angebot war, eine absolute Bereicherung sein kann Und es funktioniert einfach Es funktioniert, man muss natürlich den Umgang damit ein bisschen üben Damit man hier diese smoothen Bewegungen alle so rauskriegt Aber ich denke mal, dass das für jeden Für jeden, der da so ein bisschen Interesse dran hat Absolut möglich ist Seht ihr, jetzt bin ich zum Beispiel aus dem Bild Da muss ich hier nacharbeiten Da ich in diesem Selfie-Modus bin Und ich filme auch momentan nicht mit der App, die quasi dazu geliefert wird Sondern ich filme hier Ich versuche hier selber zu filmen mit meiner eigenen Kamera-App Dadurch habe ich dann natürlich auch keine Bedienmöglichkeiten, was das Bild angeht Normalerweise kann man nochmal reinzoomen und rauszoomen Dafür sind Knöpfe da für ein Foto machen Auch während der Videoaufnahme ist ein Knopf da Ich bin von der App nicht zu 100% überzeugt Ich hoffe, dass das Video euch wenigstens ein bisschen Information geboten hat Also abschließend kann ich auf jeden Fall sagen Dieses Gimbal ist seine Monete auf jeden Fall wert Ich hätte es mir viel früher kaufen sollen Muss ich ehrlich sagen Ich habe mich die ganze Zeit geweigert Ich habe gedacht, ach was, gegen Licht und so Ihr wisst, was ich meine Wiedersehen Ich kann das sogar praktischerweise als Sonnenschutz nehmen So, dass ich nicht mehr so gedrungen und geblendet reden muss Ich weiß auch noch gar nicht, wie ich wirke Wenn ich so komplett im Bild bin Ichится Tag Okay Like